Die Prinzessin war mal kurz für kleine Prinzessinnen, aber der Zug geht ohne Prinzessin weiter, also muss ich schnell weitermachen bis bald und wir sehen uns gleich. Die Prinzessin war mal kurz für kleine Prinzessin. Jaaa! Es ist so lange geschlossen und auch noch Fläscher, ich will doch nicht mehr aufpassen, ich will doch nicht mehr aufpassen. Schönen guten Tag, wir sind mal wieder zu Fuß unterwegs auf dem herrlichen Fasten-Lawenz-Umzug in Hoja, mit dem Präsidenten hier von den Wesernamen. Kai, sag ich mal jetzt, da habe ich Ihnen mal vorgestellt, da ist der Präsident der Wesernamen, hier in Hoja. Und ohne den Präsidenten würde hier in Hoja der Karneval sofort nicht stattfinden, muss mal gesagt werden. Also Kai, ganz klar, unser Christenbar auch einen großen Dank, wer setzt nicht so viele Spritzenbar ein, außer Spritzenbar? Ja, wir müssen weiter, der Zug ist sonst weg. So cool! Hohe Umzug! Macht sehr Spaß, kann ich echt weiter empfehlen. Und schön schräg, Jungs! Hello! Hau! 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 Gehste! Hau! 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 Bei der Lärm auch Spaß! Ein bisschen Eier, ich wünsch dir alles gut! Ich steh auf, das schneide! Ruhren sie mit der Tette zu Eier! Weißt du mal an, ich schneide ich einfach bei dir mal auf! Ja! Bisschen Eier, komm mal! Bistchen Eier! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020